Hi und willkommen zu einem Video Review von Pro Illusionist. Ich bin Markus Bender und in diesem Video geht es um den Effekt Destination von Philip Ryan Vortex Magic. Destination ist eine Art Forcierungseffekt oder eine Art Vorhersageeffekt, den man sowohl als Einzeleffekt vorführen kann. Man kann ihn aber auch in eine Routine einbauen, um zum Beispiel ein Land zu forcieren. Hier ist natürlich, dadurch, dass das Postkarten sind und man den nicht selber beschriften kann, wäre ja blöd, wenn da der Eifelturm drauf wäre und ihr schreibt da Ägypten drauf. Las Vegas würde vielleicht noch funktionieren, aber auch nicht mit dem Panorama. Ist natürlich ein forciert Land hier vorgegeben. Das ist bei Destination das Land Frankreich und das Ganze arbeitet, so wird es auch vom Hersteller schon direkt kommuniziert. Deswegen darf ich das hier auch sagen mit dem Svengali Prinzip. Die Karten sind toll gemacht, sind auch vom Format her sehr schön, dass man die in die Innentasche von einem Jackett zum Beispiel reinbekommt und sind sehr, sehr vielfältig einsetzbar. Denn wie gesagt, man kann das Ganze als Einzeleffekt einsetzen. Den sieht man übrigens im Trailer und den habe ich unten in der Videobeschreibung natürlich wie immer verlinkt. Man kann das aber auch in eine Routine einbauen, wie zum Beispiel mein Effekt Erinnerungen. Wenn man die Karten oder wenn man ein Land eben dann auf eine spezielle Art und Weise forcieren möchte, ist das eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Die Karten sind wunderschön hergestellt, sehen super aus und was noch viel wichtiger ist, sie lassen sich natürlich auch ganz toll handeln. Von daher können wir von Pro Illusionist für Destination eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung geben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich sehr, sehr toll. Wen es interessiert, der sollte hier zuschlagen bei Destination und wenn euch das Review gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Dann werdet ihr immer über neue Videos, egal ob das jetzt Reviews sind oder neue Artikel sind, direkt über YouTube benachrichtigt. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Effekt, also hier zu Destination, dann wendet euch doch einfach an uns. Wir helfen euch da natürlich gerne weiter und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.